Yo Leute, ich evolve mal wieder ein bisschen, kommt vorbei auf Twitch, der Link wie immer in der Videobeschreibung geht eigentlich jetzt gleich direkt los. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns ingame. Ach ja, Kaira Elite Skin, vielleicht wird er real, wird schwierig glaube ich, wird schwierig. Also bis gleich.